Musik Einen guten Morgen aus dem schönen Innviertel wünscht Heimo Strebel. Ich bin Obstbauberater der Landwirtschaftskammer. Wir haben heute den 17. März, gerade der richtige Zeitpunkt, um einen Säulenapfelbaum zu schneiden. Säulenbäume sind für kleine Gärtengut geeignet. Sie brauchen wenig Platz. Sie können sogar auf einem Balkongarten im Topf wachsen. Hier haben wir sie im Garten in einer schönen Umrandung. Im Vorjahr haben wir die Mitte das erste Mal angeschnitten, damit der Baum nicht zu hoch wird. Wir haben dann festgestellt, dass wir einige kurze Triebe haben. Die haben wir nicht beschnitten. Heuer setzen wir die Erziehungsmaßnahmen fort. Wir sehen da zahlreiche Fruchtspieße und die Mittelachse. Und wir sehen zahlreiche Äste, die jetzt gewachsen sind im Vorjahr. Und die wollen wir jetzt einkürzen. Einkürzen deshalb, damit sich beim Säulenbaum nicht ein Baum im Baum bildet. Die Faustregel ist, dass wir alle Triebe, die über 25 cm lang sind, einkürzen. Und zwar auf eine Fruchtknospe oder einen Fruchtspieß. Hier haben wir solche Fruchtspieße. Und hier wollen wir jetzt das Holz zurücknehmen auf diesen Fruchtspieß. Der Zweck ist eben, dass das Fruchtholz nahe an der Mittelachse bleibt. Denn der ganze Baum ist ja eigentlich ein stehender Fruchtast mit Fruchtholz drauf. Genauso gehen wir jetzt bei den anderen Trieben vor, die über 25 cm sind. Hier haben wir eine Vergabelung. Hier nehmen wir den Trieb an der Basis weg. Denn hier haben wir auch wieder zwei Fruchtspieße. Unser Ziel ist immer dabei, die Fruchttriebe möglichst nahe an der Basis, also am Stamm zu haben. Wir gehen genauso bei diesem Trieb vor. Wir leiten auf eine Fruchtknospe ab. Genauso gehen wir herunten vor, im herunteren Bereich. Da haben wir auch wiederum Holztriebe. Damit wir keinen Baum im Baum bekommen, gehen wir auch hier auf einen Fruchtspieß, der nahe an der Stammbasis ist. Das alte Laub, das entfernen wir, denn dort haben wir vielleicht Schorfsporen drauf. Und diese Schorfsporen, die werden jetzt aktiv und gehen dann wieder auf den Baum. Also alte Blätter entfernen wir auch dabei. Hier unten haben wir einen Trieb an der Basis, den wir ganz entfernen. Ein etwas unterentwickelter Trieb, der schon abgebrochen war. Die Achse bleibt dann sozusagen schlank und der gesamte Baum bleibt schlank. Also anschneiden immer auf einen Fruchtspieß. Genauso gehen wir hier vor. Wir arbeiten uns den ganzen Baum herauf, die ganze Länge. Genauso gehen wir bei den darüber liegenden Trieben vor. Überall finden wir hier schon sehr schöne Fruchtspieße. Und auf die schneiden wir zurück. Genau bei diesen Fruchtspießen. Der Zweck dieser Schnittmaßnahme ist erstens, wie gesagt, der getrungene Baum. Der getrungene Baum mit dem Fruchtansatz nahe am Stamm. Und das Zweite ist, wir wollen den Baum im Wuchs knapp halten, also bremsen. Also nicht zu viel an Triebkraft entwickeln. Und das erreichen wir dann, wenn wir die Triebe zurücksetzen auf möglichst gut entwickelte Fruchtspieße. Hier haben wir einen Trieb, den wir dann nach dem Abtragen einmal ganz aus der Achse herausnehmen können. Heuer lassen wir diesen Trieb noch, weil wir hier auch wieder kurze Triebe haben, die dann wieder Fruchtansatz bilden. So arbeiten wir uns die gesamte Mittelachse entlang. Auch hier wiederum schneiden wir diesen Trieb an auf einen seitlich gut entwickelten Fruchtspieß. Und hier oben haben wir dieselbe Situation. Wieder auf einen Fruchtspieß anschneiden. Und die Blätter gehen immer mit, damit die Schorfspuren des Winters nicht wieder den Baum jetzt bei warmer, feuchter Witterung infizieren. Wir sind schon ganz oben an der Spindel angelangt. Wir haben bei diesem Säulenbaum, der ja die kleinste Form der Spindel ist, im oberen Bereich auch einige gut entwickelte Fruchtansätze. Das Material, das wir hier anschneiden, immer wieder auf einen Fruchtspieß. In diesem Fall kann der ruhig nach innen gehen, dieser Fruchtspieß. Wir sind schon fast oben bei der Säule. Diesen Trieb schneiden wir ebenfalls auf einen Fruchtspieß an. Das ist nämlich auch die beste Wuchsbremse. Hier sehen wir dann mehrere kurze Triebe, die können wir so belassen. Und letzten Endes haben wir hier noch zwei Triebe, die verholzt sind. Die schneiden wir ganz weg. Und hier können wir uns jetzt entscheiden, schneiden wir diesen einen Trieb als neue Mitte an. Das kann man aber dann in einigen Jahren machen und geben den einmal weg. Also würde ich jetzt sagen, diesen Trieb belassen wir für heuer. Und wir sehen da oben schon zahlreichen Ansatz, wo wir Fruchtspieße entwickelt bekommen. Also diese Höhe der Säule wollen wir natürlich für den Ertrag nutzen. Jetzt schauen wir noch ganz hinauf. Voriges Jahr, vielleicht erinnern sich manche, haben wir die Mitte angeschnitten. Und diese Mitte wollen wir jetzt wieder anschneiden auf eine Fruchtspießbasis. Fruchtspieß eben wegen der Wuchsbremse. Also wir schneiden auch oben die Achse an, auf eine sich entwickelnde Fruchtspießbasis. Und den Trieb an der Seite geben wir dann gleich an der Basis weg. Denn hier haben wir lauter Holzansatz, also Holztriebe und Blattknospen. Jetzt haben wir die Säule für heuer fertig. Wir haben wieder die Triebe an den Stamm herangeführt. Und überall, wo es möglich war, angeschnitten auf Fruchtspieße. Und so setzt man das in den folgenden Jahren fort. Also Säulenobst, immer ein Thema für kleine Gärten, für Terrassen, für Balkongärten. Viel Erfolg beim Schnitt Ihres Säulenbaumes und bis zum nächsten Mal.